Was geht denn hier? Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Kämpft doch ihr mal da oben. Hier, nochmal, 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 los. So, direkt hier drauf. Äh, wir brauchen instant einen Turm hier runter. Und wir brauchen instant ein mittleres Wohnhaus. Und ich habe Musik-Bug. Was geht gut los? Komm rein da jetzt. Und wenn die dann irgendwann mal weg sind... Da stimmt wieder ein Musik-Bug. Ach, guck mal. Das könnt ihr auch mitbringen. Wenn die da weg sind. So, Baumaterialien... Ach, ich komm, ich reiß die gleich. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Mir geht das noch mal. Ich mache das noch nicht. Gut. Ich mache das noch nicht. Uf, das weiß ich. Das war's für heute. So, jetzt. Lass die da mal ruhig. Wie gesagt, die können ja dem... Ich meine, die können dem Turm ja eh nichts anhaben. Ach, scheiße. Aufwärts. Schwertis. Nee. Medix. Nee. We got it. So, wenn ich jetzt euch sage, geht ihr dann runter? Nehmt ihr das mit? Lauft ihr dann? Nee, das tut ihr nicht. Oh, Micromanagement. Alter, wo rennst denn du hin? So, und weil es mir zu blöd ist, kann der Rest so direkt kommen. Auf geht's. Beziehungsweise wir lassen einen hier stehen, damit wir die dann hier abgreifen können. Einen lassen wir hier stehen. Okay, weiter. Okay. 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 Das war's für heute. Wahrscheinlich stehenbleiben. Was? Schau mal mit den Dieben bisschen nordwestlich. So? Ihr sollt das nicht aufsammeln hier. Definitiv nicht. Och, ey. Wo hier war das Holz? Nein. Nein. So. Und ihr müsst jetzt auch gar nicht hier was klauen. Jetzt stelle ich einfach mal hier hin. So, so, so. 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 Man kann hier viel produzieren. Und man muss hier viel produzieren. Haben wir ja gesehen. So. 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 Now. So. 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 Was ist das Gesicht? In your face? Was mache ich? Mir bringt es doch automatisch darüber getragen, oder? Ich muss euch jetzt ja nicht eigentlich nur noch micromanagen. So. Wo waren die Schwerter hier irgendwo? Komm, wo ladet ihr denn jetzt ab? Gehen damit. Äh. Dum-dum. Die Hämmer hätten wir. Also auf fünf Geologen. Mal da unten gucken. Hier oben war alles voll mit Kohle. Auf fünf Geologen Ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Die Schafe könnt ihr auch klauen. Warte, hat total Sinn gemacht, aber hey. So, wo sind meine Pio? Die sind hier. Vier zumindest davon. Ähm. Warum nur vier? Da steht noch einer. Das war alles Kohle. Und das da oben können wir auch noch klauen. Kommt ihr mal dann hier hoch. Da haben wir auch nochmal Gold. Hallo Rina. Was machen die Sprachübungen? Da haben wir auch noch. Eins. Okay, hab ich da nicht in... Hab ich da keinen gesetzt? Eisen, Eisen. Gold. Setzen wir gleich... Waffenwerkzeug, zwei... Goldschmelzen, los. Ressourcentechnisch, muss doch genug da sein. Wie viele? Sieben Goldschmeldbretter. Zwei. Du holt die zwei. Vier. Sechs. Du holt die Steine. Los, los, los. Wir haben Siedlermangel. Fuck. Weiter. 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 Wieder ein Steinmetz gesetzt. Diesmal habe ich es gesehen. Aber irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Puh, 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 puh. Puh, 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 puh. Puh, 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 puh. Puh, puh, puh. Ah, jetzt kommt wieder der Axtmangel. Okay, ist alles von vorhin, ja. Yippie! 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 Uff, ja, Siedler, Mann. Ja, diesmal ist die Werkzeug schon wieder noch nicht fertig. Keine Bäume, glaub du. Dir geht's so gut, ey. Hm. Yippee. 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 Jetzt haben wir so viel Holz geklaut und haben trotzdem keins. Was? Da hatte ich ein Schiff? Sind wir eigentlich hier auf einer Insel? Also, halb Insel? Hexte bla bla bla. Wer hat mich da eigentlich angegriffen? Das war nicht der Orange, das war der hier, der Grüne. Der Sack. Was möchten mir diese Esel sagen? Das ist die Insel, wo ich meinen Safe-Turm bauen kann. Wenigstens gerade kein Siedler machen. Ja, es sind drei Äxte, ist okay jetzt. Mann. Hör doch mal, er ist fertig. Such mal Goldbarren. An sich haben wir ja Zeit dafür. Ja. Ich stelle erstmal hier eine Waffenverbindung her. Was geht denn hier ab? Ja, so hab ich mir das vorgestellt. Kämpft doch ihr mal da oben. Hier war kein Gold, meine ich. Vielleicht da. Ich bin dir da oben da oben da oben da oben da oben. Habt er gut gemacht. Liegt da noch mehr davon? Nö. Aber hier sind Steine und Holz. Lade ich mal da hin. 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 Ach, 5 Äxte. Da oben sind nochmal... Waffen. Da kommen wir aber schlecht ran grad mal. Lade ich mal da hin. Wow. Wow. Seid ihr nur noch 9? Ist jetzt schon einer tot. Warum läuft ihr jetzt da hoch? Ich bin mir sicher, ich habe euch hier rübergeklickt. Lade ich mal da hin. Ich habe auch noch 8 Jahre in der Lade. Wanns du jetzt nicht zuhörst. Lade ich mal. Lade ich mal. Lade ich mal kurz. Lade ich mal. Lade ich mal kurz. Lade ich mal. Lade ich mal kurz. Lade ich mal kurz. Lade ich mal kurz vor. Hier ist Gold. Und da kommt gleich der erste Angriff. Da kann man es eigentlich auch schon mal aufstellen. Leider gerade keine Siedler. Eisen? 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 Da liegt auch noch mal Schwörter. Sag mal hallo zum dunklen Volk. So. So. Da wollen wir rüber zum Gold. Wir setzen hier noch zwei Steinmetze, dass das schon mal steht. Ihr habt die hier platt gemacht. Danke. Die Waffen erschlossen. Danke. Da oben. Habt ihr doch oder? Habt ihr nicht? Warte mal. Nein, zwei. Nein, zwei. Nein, zwei, drei. Ja, zwei, drei. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So richtig fluffig ist es auch nicht. War das eine Werkzeugschmiede? Was? 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 Was?